Hallo zusammen, hier ist mal wieder Jörg Fuhrmann. Ich möchte dich gerne einladen zu einem neuen spannenden Kongressthema, wo wir gerade ein ziemlich cooles Interview aufgenommen haben, zum Thema Wut. Und wie du Wut transformieren kannst. Und zwar ist das das Healing Energy Summit von Alexander Gormans. Und ja, den siehst du hier nebenan im Bild. Und ich würde mich einfach tierisch freuen, wenn du mit dabei bist. Du kriegst demnächst die ganzen Infos hier auch im Kanal oder du kannst da unten auf den Link gehen dazu. Und wir freuen uns, wenn wir dich dabei live sehen können. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann.